Was ist die Eucharistie? Was passiert, wenn man Folgendes anbietet? Jeder, der eine Stunde auf einem Bein herumhüpft, bekommt 100 Euro. Es wird sich ein paar geben, die sich zum Mitmachen melden. Wenn man den Betrag auf 1000 Euro erhöht, dann sind es einige mehr. Und wenn man auf 100.000 Euro erhöht, dann wird es so richtig voll. Was aber, wenn man den Menschen weit mehr geben will, es ihnen sogar schenkt und sie dafür noch nicht einmal auf einem Bein herumhüpfen müssen? Was würde bei diesem Angebot passieren? Nun, eigentlich wurde das schon oft versucht und das Resultat war jedes Mal, es kommen nur wenige. Hm, klingt seltsam, ist aber so. Denn genau das passiert bei der Heiligen Messe. In der Heiligen Messe könnte man nämlich die Heilige Kommunion empfangen. Und die Heilige Kommunion ist mehr wert als viele Koffer voller Geld. Denn in der Heiligen Kommunion ist Christus wahrhaft gegenwärtig. Das ist unbezahlbar, das ist unendlich kostbar. Wenn es also heute in den Kirchen noch Platz gibt, dann offensichtlich, weil viele Gläubige nicht mehr verstehen, was die Heilige Kommunion eigentlich ist. Was ist also die Heilige Kommunion? Nun, Jesus hat beim letzten Abendmahl Brot und Wein genommen und die Worte gesprochen, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Er hat nicht gesagt, dass das symbolisch gemeint ist, sondern dass es genau so ist. Im Johannes-Evangelium Kapitel 6 macht er das sehr deutlich. Nun, Jesus hat den Aposteln aufgetragen, dies zu seinem Gedächtnis zu tun. Und das macht die Kirche bis heute. In der Heiligen Messe werden am Altar die Gaben von Brot und Wein gewandelt. Die heilige Eucharistie, wie man die Gaben nach der Wandlung auch noch nennt, sieht aus wie Brot und Wein, schmeckt so und fühlt sich so an. Aber es ist nicht mehr Brot und Wein. Es hat deren äussere Gestalt, aber es ist durch die Wandlung wirklich Leib und Blut Christi geworden. Die Gestalten bleiben, aber das, was es ist, die Substanz, wird gewandelt. Diese Wandlung, die bei der Messe geschieht, nennt man deshalb Transubstantiation. Und die Gegenwart Jesu unter den Gestalten von Brot und Wein, nennt man Realpräsenz. Diese reale Präsenz Jesu ist wahrhaft und wirklich, aber anders als bei materiellen Dingen. Wenn man materielle Dinge, zum Beispiel Brot, in der Mitte bricht, hat man hier die eine Hälfte und da die andere Hälfte. Wenn man die Hostie bricht, dann hat man dabei nicht Jesus zerteilt, sondern nur die äusseren Gestalten. Denn Jesus ist, wie gesagt, in der Eucharistie zwar wahrhaft gegenwärtig, aber nicht nach der Art materieller Dinge. Vielmehr ist er wahrhaft und in jedem Teil ganz gegenwärtig. Und damit auch überall gleichzeitig auf der ganzen Welt, in jeder heiligen Messe. Die reale Gegenwart, die Christus in diesem Sakrament gestiftet hat, ist ein großes Geschenk für uns Menschen. Er hätte es nicht tun müssen. Aber indem er sich uns unter der Gestalt von Nahrung schenkt, zeigt er uns Menschen, dass er es ist, der unsere Seele wirklich nährt, kräftigt und uns Wachstum schenkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017